Wenn wir Textdaten aus Nutzeingaben analysieren möchten, dann müssen wir diese Daten vorher bereinigen. Damit kompensieren wir Rechtschreibfehler, Schreibweisen und Formatierungen, die unserer Analyse im Weg sind. Diese Aufgabe wollen wir möglichst automatisieren. Als Beispiel habe ich mir ein paar Antworten aus einem kleinen Fragebogen vorbereitet. Wir können schon leicht erkennen, dass diese Antworten von echten Menschen stammen, weil sie völlig uneinheitlich sind. Wir haben Vorlieben für Groß- und Kleinschreibung oder individuelle Trennzeichen. Das müssen wir für die Analyse vereinheitlichen. Natürlich könnten wir den Ersetzen-Dialog verwenden, den wir hinter der Lupe in Excels Suchen-Werkzeug finden. Dort haben wir ein Dropdown-Menü und ganz unten finden wir Ersetzen und dann öffnet sich der Ersetzen-Dialog. Aber das Ersetzen-Werkzeug ist viel zu umständlich, wenn wir viele kleine Korrekturen in hunderten von Datensätzen durchführen müssen. Also schließen wir ihn gleich mal wieder. In diesem Video erkläre ich eine schnellere Variante des Suchen und Ersetzen mit Excel. Bevor wir mit dem Suchen und Ersetzen anfangen können, müssen wir ein paar Vorbereitungen treffen. Der erste Schritt ist, dass wir unsere Werte in ein dynamisches Feld umwandeln. Das machen wir mit der Identitätsfunktion. Die Identitätsfunktion erstellen wir, indem wir die Werte in unserem Datenbereich markieren. Jetzt haben wir ein dynamisches Feld als 1 zu 1 Kopie unserer ursprünglichen Werte. Diese Werte können wir viel leichter adressieren. Im nächsten Schritt vereinheitlichen wir die Groß- und Kleinschreibung. Grundsätzlich ist es egal, ob man nur Großschreibung oder nur Kleinschreibung verwendet. Ich persönlich mag lieber die Kleinschreibung. Also verwende ich die kleinen Funktionen, um alle Zeichen auf kleine Buchstaben zu reduzieren. Jetzt sehen wir, dass unsere Großbuchstaben schön in Kleinbuchstaben umgewandelt wurden. In einem dritten Vorbereitungsschritt glätte ich die Zeichenketten. Mit Glätten ist in Excel das Entfernen von überschüssigen Leerzeichen gemeint. Auch hier verwende ich das dynamische Feld der Vorgängerzelle. Nun haben wir die Vorbereitung abgeschlossen und können mit dem eigentlichen Suchen und Ersetzen beginnen. Beim Suchen und Ersetzen arbeiten wir mit zwei speziellen Vektoren. Zum einen dem Suchvektor und zum anderen den Ersetzungsvektor. Im Suchvektor stehen die Symbolfolgen, die wir in unseren Zeichenketten finden möchten und im Ersetzungsvektor die entsprechenden Austausch-Symbolfolgen, gegen die wir die gefundenen Folgen ersetzen. Wir sehen in unserem Beispiel, dass wir einige WhatsApp-Erwähnungen haben. Jedoch hier haben wir einen Fall, in dem WhatsApp nicht zusammen, sondern auseinander geschrieben wurde. Wir schreiben also in unseren Suchvektor die auseinander geschriebene Variante von WhatsApp. In den Ersetzungsvektor schreiben wir die Variante, die am häufigsten vorkommt und das ist die zusammengeschriebene. Wir schließen das Suchen und Ersetzen ab, indem wir mit der Wechseln-Funktion die gefundene Textstelle gegen den Ersetzungswert austauschen. Dazu nehmen wir den dynamischen Bereich der Vorgängerzelle und übergeben als alten Text unseren Suchtext sowie als neuer Text unseren Ersetzungstext. Wir haben optional die Möglichkeit des Endenauftretens mit zu ersetzen, allerdings das interessiert uns in der Regel selten, denn wir wollen alle Vorkommnisse ersetzen. Also Klammer zu und ausführen. Jetzt haben wir keine auseinander geschriebenen Varianten von WhatsApp mehr. In der ersten Zeile sehen wir SRF Meteo auseinander geschrieben und dieses Leerzeichen möchten wir durch einen Trennstrich austauschen, sodass die beiden Namensteile zusammengeschrieben sind und nicht weiter getrennt werden können. Wir schreiben also in den Suchvektor SRF Meteo und in den Ersetzungsvektor SRF Bindestrich Meteo. Außerdem sehen wir, dass in vielen Erwähnungen Kommata als Trennzeichen verwendet werden. Und darüber hinaus hat sich ein Benutzer erlaubt, einen Schrägstrich als Trennzeichen zu verwenden. Das Komma und den Schrägstrich möchten wir ersetzen. Also geben wir in den Suchvektor einmal das Komma ein und in die nächste Zelle den Schrägstrich. Bei Trennzeichen ist der Ersetzungswert ein Leerzeichen. Ich gebe also für das Komma ein Leerzeichen und für den Schrägstrich ebenfalls ein Leerzeichen in den Ersetzungsvektor ein. Jetzt sehen wir, dass unsere Werte sich natürlich noch nicht angepasst haben. Damit wir diese Ersetzung von SRF Meteo, Komma und Schrägstrich tatsächlich auch umsetzen, müssen wir die Formel von WhatsApp auf diese drei Ersetzungen erweitern. Unsere letzte Spalte enthält jetzt die bereinigten Werte. Wir sehen in der zehnten Zeile, dass wir Werte mit mehreren Leerzeichen haben. Die Leerzeichen hatten wir ursprünglich mit der Glättenfunktion entfernt. Nach dem Ersetzen von Trennzeichen kann es sein, dass wir erneut eine Glättenfunktion aufrufen müssen, um neu eingeführte Leerzeichen zu entfernen. Das machen wir jetzt. Nun haben wir in der letzten Zelle keine überschüssigen Leerzeichen mehr. Diese Technik des Suchen und Ersetzens können wir leicht auf beliebige Ersetzungen erweitern und so schnell große Datenmengen korrigieren.